Die Schlacht bei Fisole fand im Sommer 406 beim heutigen Fisole nahe Florenz zwischen Truppen des Weströmischen Reiches, die von Stilicho geführt wurden und gotischen Truppen unter Radagaisus statt. Radagaisus war, wie Allarich i. 402, ungehindert aus dem Osten in den Norden Italiens eingebrochen. Stilicho hielt im Westen bei Pavia Position und musste zunächst wieder Truppen herbeischaffen während der Kaiserhof des Honorios. Seit 403 im durch Sümpfe geschützten Raven nahe von den Invasoren unbehelligt blieb, die stattdessen den direkten Weg auf Rom zu über den Apeenen wählten. Nachdem sie diesen überquert hatten, lag vor ihnen die gut befestigte Stadt Florenz, die belagert wurde. Anders als der mit der römischen Zivilisation vertraute christianisierte Allarich galt Radagaisus als wilder Baba, und seine Männer hielten sich an keine geregelte Kriegsführung, sondern raubten und plünderten auf ihrem Weg und wurden so zum Schrecken der Römer. Stilicho war es unterdessen gelungen eine beträchtliche Streitmacht zu sammeln, die zu einem Großteil aus gotischen und hunischen Verbündeten bestand. Mit diesem her fiel er den Belagerern von Florenz von Norden kommend in den Rücken und überwältigte die Truppen des Radagaisus bei Fisole. Radagaisus selbst geriet in Gefangenschaft und wurde einige Tage nach der Schlacht am 23. August auf Befehl Stilich Ossen gerichtet.